gegeben hat. Inwiefern ein Korb? Ja, du wolltest was von ihm. Ist doch für Allah, schämst du dich nicht, sowas zu mich fragen, Anna? Sag jetzt. Du dreckst dich, ja. Du dreckst dich. Er hat Ramadan und du stellst sowas mir hier. Ey, guck mal, du musst die Bestrafung richtig machen. Was stimmt mit dir nicht, Junge? Warum tust du so? Du hast mich nur dafür Göttweilen beleidigt. Warum tust du so scheinheitlich? Warte, warte los. Ist doch für Allah, Bruder, ich kann mit so einem nicht bleiben. Wir sehen uns später. Warte, ey, warte, warte. Ey, mach deine Bestrafung, du Betrüger. Bruder. Das ist, was du mich nennst, Barrello Anderdamer. Bruder, ich kann hier nicht bleiben. Warte doch, Mann. Hey, wir haben extra vorher gesagt, Beke, wir haben extra vorher gesagt, keine Dings haben, Bruder. Schämst du dich nicht, Beke? Was denn? Ich hab nur gesagt, dass du ihm einen Korb gegeben hast. Schämst du dich nicht, Beke? Ja, aber Bruder, so greifst du mich auch an. Denkst du, wir sind hier jetzt hier homo, oder was? Du hast ihm einen Korb gegeben, du, du. Ja, aber schämst du dich nicht, Beke? Du lachst als Einziger gerade. Die sind alle schockiert. Ja, okay, okay, warum sagst du dann davor Götterin? Warum tust du so scheinerlich jetzt? Barrello, du, die hab ich grad Götterin gesagt. Du hast davor Götterin gesagt. Du hast davor noch Götterin gesagt. Ey, hast du... Bruder, du bist Schizo, du bist Schizo. Ich schwöre auf alles Götterin. Ich schwöre auf alles, was geht. Ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles. Momo. Ey, der muss doch jetzt meine Frage noch sagen. Ich stelle nur eine normale Frage, ne? Stimmt es, Momo, dass du scheinheilig bist? Soll ich jetzt einen Fall an? Hier ist der meiste. Momo, er ist die Wolle zu scheinheilig bei dir. Wolle zu scheinheilig oft. Ich weiß nur das, was du di利 willst. plutôt haben die Zweig ist die Wolle zu scoennen. You're in der Nähe, man muss wasitos? Haha, ich kümmter, ich bitte so wie ein Sch lettern. Ach so auf alles. Tröger wie viele Menschen Brilliant. ich jeden tag in meinen dms lese ohne spaß ruf mal bitte nochmal adafat an es ist jetzt so schlimm dass man wie ein esel macht hey willst du jetzt nach jeder 5 minuten adafat anrufen ich verstehe das regelt das guck mal guck mal du dir sagst du als papa sehen als bruder als hoja als lehrer als papa die spiele rollen wirklich was schönes so ramadan mäßig der verlierer sagt eine suche auf oder irgendwas in der richtung guck mal wie big wie traurig kommen runter ist doch schön ich sag gar nichts verlierer spendet 50 verlierer spendet 50 euro an arme kinder das mache ich auch so aber ja ich weiß ich auch du ich glaube nicht bei dir ich höre das hat sich gerade mein kopf sagt man das sieht was ein günder schreibt so oft sportlich ganz kurz verlierer macht 20 schläge stütze vor kameras wenn jeder sagt eines das ist